All right then, ready when you are. I'm just waiting on you. I can't wait to get going. OBS Version, Streamlabs OBS Version. Auf. Und ich hoffe, dass die jetzt noch besser läuft. Das soll sie nämlich, angeblich. So, dann reparier das mal. Okay, eins. Vollmund. Okay. So? Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. What? What? Haven't you heard of that one either? Oh no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractor-globe, please? Okay. 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 So? Es funktioniert! Wir haben es geschafft! Jetzt müssen wir die Wings- und die Turbine- und die Hypopropellers- Okay, dann schauen wir noch mal hier rein. Okay, die ganzen Parts werden wir dann wohl im Laufe des Spiels wieder heranbauen müssen. Es liegen aber auch keine abgefallenen Teile hier rum, weil wir sind ja von da runter bis hier. Und ich müsste doch hier was liegen davon. Nochmal alles einordnen. Ich bin fertig. Es ist alles durchgezogen. Alles ist knackig und clean. Besonders uns, das ist. Ja, wir sind ein bisschen stinkig. Dann gehen wir auf den Shower hin? Oblut. Was ist das? Ich habe nur das Bad. Oh. Denkst du, dass wir noch 10-15 Minuten in unserer eigenen Filze marinerieren können? Ich bin ehrlich gesagt. Ich bin ehrlich gesagt. Ich kann das tun. Als ob die jetzt hier rumhängen. Die chillen hier. Ähm. Irgendwo konnte man die Idioten heilen. Liebevoll. Ne? Ich meine das alles liebevoll. Hä? Ich schwöre, es ging irgendwo. Wir haben zu viel zu essen. Ich kann nie zu viel zu essen. Okay? Ich habe zu viel zu essen. Ich habe zu viel zu essen. Ah, hier. Du brauchst was? Nein. Ah. Ich auch nicht. So. Wir wollten noch irgendwas anpflanzen. Aber anscheinend geht das noch nicht. Was schaust du an? Die Distanz zwischen uns und der Apiary. Ich würde es nicht erwarten, dass es sich ändern würde. Genau. Es ist komfortabel. So. Okay, okay, okay. So. Kann ich das jetzt nochmal? Nee. Also wir haben alles wieder gefixt. Hunger haben sie nicht. Sauber sind. Könnt ihr ins Bett? Ja. Ja. Das ist woanders gut. Es ist ein Schuss. Es ist ein zack, Rackys. Es ist ein zack. Es ist ein zack? Das ist es. Das ist ein zack. Was ist das? Rackys. Es ist kein Zack, oder. Organic. Also was ist es? Ha! Ich bin direkt auf die HARD QUESTIONS. Aber das ist nicht wie Science funktioniert. Wie funktioniert es, dann? Erstens, du formulierst eine Hypothesis. Dann, du bierst ein Experiment, um das Hypothesis zu testen. Du bierst, und du bierst. Okay, dann, was habe ich gelernt? Ich habe keine Imagination über Hypothesis. Eine Sache wir sicher wissen, ist, dass russparticles immediately, wenn in Kontakt mit Flow. Also, I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea, but I know I'm sleepy. And I want my snuggles before I crash. Hm, gotcha. Kleine Alpträume? Good. Äh... Essen. Ohne Aktivitäten. Sucht euch was aus. Oh, jetzt können wir auch... ...das andere Zeug benutzen. Kann man... ...das und das? Ja. Wir bekommen irgendwelche Spieße raus. ...Alle Aktivitäten. Es ist irgendwie so ein regressiv, nicht? Hm? Wie gesagt. Was ist das? Well, es ist viel fat und carbs. Du bist meistens gut. Hm. Das ist wahr. Es gibt mehr, wenn du willst. Definitiv. Okay. Okay. Where were we? 14. Huh? I thought it was at least 20. No, no. See? You do need me to count. Alright. Back to it. 14. 15. 13. 14. Alright. You can open your eyes. Surprise-aversary! Huh? I meant to say surprise and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. One month on source. Already? Yeah. I mean, give or take a few days. I ran by fast. Yeah. Remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah. And the time we almost died fighting that critter? I hope this is only the beginning. And that I'll have many more chances to almost die with you. Aren't you a charmer? So? Are you gonna open your present? Well, our present. Sure. Sure. Aha. W-what is it? Fermented Appledoos. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it... Apple Brew. Hmph. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some Appledoos. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. To us. To us. To us. To us. Das kann noch nichts werden, oder? Hey, that's really good, actually. Haha, that's really strong, too. Do you remember the first time you talked about leaving the Apiary? Haha, of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. Oh, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, Come on. Let's go. Hm? I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives. Which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait. Wait, when was that? Hm. I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the Uplands? Yes! The Uplands! That's it! Oh. Flute, I remember. It was in Frovesember. It was super cold out. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. Haha. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So, I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Wait. So that means, if I hadn't misunderstood that night... I wouldn't have caught a cold. No, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure. But, if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea, with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I looked like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So, who knows? Maybe I would be living happily in the apiary, with my mate. Really? The cookies? That's what made you fall in love? In my defense, they were some excellent cookies. But no, idiot, it wasn't the cookies. It was the thoughtfulness. I was sick, my nose was all swollen, croaking voice. I was a mess. And you just showed up, without me asking. I'd only known you for barely three weeks. You took care of me. You baked me some cookies. You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen. And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you. What was it? Did you fall in love, or did you hate me? Well, they're not mutually exclusive. Kinda like salty sweet. Here. Give me a taste. Neue Gleitträger. 360 Grad. Sprünge, Greifsprünge und Backflips. What? Maximal Gesundheit erhöht deine Maximal Gesundheit. Jesus. Aha. Noch was? Jetzt chillen die hier wieder. So. So, can we do that now? vielleicht haben sie das anpflanzen alleine das kann ja sein 200 haben wir jetzt gesundheit und lasst mich raten wenn ich jetzt raus geben sie mir ein tutorial für das neue gleitzeug geben okay ich habe jetzt ein bisschen umgeguckt ich war noch mal in allen alten und neuen gebieten und habe auch natürlich hier ein bisschen nahrung gesammelt habe auch noch mal sam und anscheinend wenn man einmal über die maps rüber fliegt und wer zurückkommt sind hier auf jeden fall alles reif geworden genau und wir haben drei flows die wir nutzen können erstmal natürlich der wo wir zu unserer stelle hinten zurückkommen wo wir zuerst vom schiff getrennt wurden dort oben die stelle die wir benutzt haben um die letzten rohstoffe zu finden für diese dinge die uns das schiff wieder rausgeholt haben und hier über diesen kleinen wasserfall wie sass du hier ist auch noch mal so ein flow der geht aber straight in die luft und dafür brauchen wir stärkere boots auf jeden fall und sie sagt mit den richtigen werkzeugen kann wir uns diese boots machen und ich habe auch gesehen dass das gleiten so auch ein update noch bekommen kann okay 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 das heißt wir müssen das so schaffen um irgendwo anders hin zu kommen bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ja ich habe da gerade geguckt und da stand nicht dass du die verbessern kannst das ist Master at work Okay, hat sie denn drinnen irgendwas mit dem sie die Boots besser machen kann Weil ich wüsste jetzt nicht, wo noch mehr Rust wäre denn ich bin ja einmal alles abgegangen Was steht hier schon wieder rum? Da ist was Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alright, alright I'm just trying to help If you want to help, help me look for it Hmm Hmm Got it? You're the best you It's not like there was a lot of competition Tja easy Also Haben wir irgendwas Und was Was uns interagieren erlaubt Womit Wir unsere Boots besser machen können Was ich nicht glaube What's that呢? hier steht sogar was wir haben denn er hier ist aber überall nichts zu sehen das heißt vielleicht ne quatsch wenn sie sagt haben wir können diese anderen dinge noch nicht benutzen was ist wenn wir das dann kommt noch mal wieder was anderes raus der salat den immer erwähnt hat und Okay, jetzt gucken wir mal rein. Dann, wenn ihr sonst nichts anderes könnt, geht wieder schlafen. ...nur is it antimatter. ...It could be... ...Flow! Cool. But you could've just asked me. You can tell it's not Flow because Flow is blue and all flowy. This is red and all hard. I'll have you know that I just completed the test, and the rust molecules are precisely the same as those in Flow. They're just organized differently. Kinda like water and ice, if you will. Just not the same. That's why Flow, in the form as we know it, has such a strong effect on the rust. The molecules are binding, unbinding, and... Yes, sorry to interrupt, but are you almost done? Uh, I guess that depends on how detailed an explanation you need. The least. Then I'm done. Okay, thanks. Gotta pee! Okay, then we're here in the next part. Ciao, Leute! See you soon!